Die Öler Designladenbau GmbH ist ein junges und flexibles Unternehmen mit 35 Mitarbeitern und bietet als kompetenter Partner für Ladenausstattungssysteme einen umfassenden Service. Von der ersten Idee über die Konstruktion bis hin zur Lieferung von kompletten Ladenausstattungen. Wir fertigen präzise Blechteile vom Muster bis zur Serie. Mit unserem Maschinenpark können wir alle Kundenanforderungen erfüllen, ob Schweißen, Abkanten oder präzises Laserschneiden von Blechen. Bis hin zum gewünschten Finish wie Pulverbeschichtung, Gleitschleifen oder Lackieren. Sämtliche Bearbeitungsschritte werden zuverlässig und termintreu aus einer Hand ausgeführt. Mit einer Lagerkapazität von 3000 Palettenstellplätzen auf einer Lagerfläche von 4000 Quadratmetern können wir auch Großaufträge reibungslos umsetzen. Öler Designladenbau – schwäbische Präzision und Zuverlässigkeit im Dienste unserer Kunden.